Wie du weißt, habe ich seit einem guten Monat jetzt bereit einen Welpen zu Hause und ich nutze diese Zeit und all diese Aufs und Abs, die ich mit ihm durchgehe, um dir ganz konkrete Tipps aus dem Alltag mitzugehen, wie du das als Tierflüsterer angehen kannst. Und das Thema, das ich heute mit dir angehen möchte, ist diese Kombination von Tiertraining und intuitive Tierkommunikation, wie du die beiden zusammenbringst und ab wann du auf jeden Fall die Tierkommunikation mit dazunehmen sollst. Und als Beispiel, um dir das zu erklären, wie es funktioniert, nehme ich etwas ganz Konkretes, das ich mit meinem Welpen hatte und es ist die Stubenreinheit. Zuerst einige Worte über die Stubenreinheit. Jeder Hund wird lernen, stubenrein zu sein. Also da brauchst du dir keine Sorge machen, jeder Hund wird es lernen, aber jeder Hund lernt anders schnell. Und es gibt einige Sachen, die du machst, damit der Hund stubenrein ist. Zum Beispiel gehst du alle zwei Stunden raus mit ihm, nur kurz Gassi. Nicht spielen, nicht spazieren, sondern nur Gassi, damit er lernt, draußen habe ich immer die Möglichkeit, Pipi zu machen und dafür kann ich mich eben drinnen dann zurückhalten. Was du auch machst, ist, falls er drinnen mal gemacht hat, wischst du es einfach weg ohne Drama. Und hier ist es sehr wichtig, dass du weder den Hund anschreist, noch irgendwie anders mit ihm interagierst. Das Problem ist, wenn er drinnen macht und du schreist ihn an, wird er einfach nur lernen, er darf nicht vor dir auf die Toilette gehen. Und das ist dann aber für drinnen verknüpft und auch für draußen. Dann hast du einen Hund, der draußen auch nicht Pipi macht, weil er halt gelernt hat, wenn er macht, schreist du ihn an. Also der Hund wird nicht angeschrien, der macht das sowieso auch nicht absichtlich, der Welpe geschieht einfach. Und du sollst auch nicht zu viel drauf eingehen, wenn er drinnen gemacht hat. Einfach kommentarlos wischst du es weg und das war's. Weil wenn du zu viel drauf eingehst, weißt du wiederum nicht, was lernt der Hund draus? Vielleicht lernt er, dass es gut ist, dass er auf seine Decke macht, weil dann nehme ich es weg und putze es und lobe ihn und was auch immer. Also da einfach sehr unemotional eigentlich wird es gereinigt und fertig. Und eben, es gibt einige Sachen, die du so machen kannst, damit der Hund stubenrein ist. Da will ich nicht zu viel drauf eingehen. Es geht jetzt nicht um die Stubenreinheit an sich, sondern um die Thematik, die damit klar wurde, die zum Vorschein kam. Und eben bei meinem Welpen war es so, dass er relativ schnell stubenrein war, solange ich alle zwei Stunden rausging und nach dem Schlafen und nach dem Essen und nach dem Spielen war er stubenrein. Aber irgendwann, so zwei Wochen nachdem ich ihn zu Hause hatte, hat er begonnen, in seinem Körbchen hinzumachen. Was sehr atypisch ist, weil sie versuchen ja immer, ihr Zuhause sauber zu halten, vor allem da, wo sie schlafen und auch spielen. Und zuerst habe ich halt ganz normal mit Hundetraining reagiert. Das ist oft einfach der erste Schritt. Ich dachte, okay, da muss ich vielleicht noch öfters mit ihm rausgehen, nicht im Zwei-Stunden-Takt, sondern mal eineinhalb-Stunden-Takt. Und ich muss noch vorsichtiger sein und auf alle Zeichen achten, sobald er sich irgendwie seltsam verhält, könnte sein, dass er muss, und dass ich ihn dann schnell nehmen muss und raustragen muss. Und ich werde dann auch noch mehr putzen und die Decke noch wärmer waschen und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz Basis-Hundetraining, was die Stubenreinheit angeht. Das habe ich gemacht, hat aber gar nichts an der Situation geändert. Und das ist dann der Moment, wo du am Limit bist vom normalen, ich sage mal, Hundetraining, weil es jetzt um den Hund geht. Das Gleiche würde gelten auch beim Pferd, beim Katze und so weiter, wo du einfach am Limit vom Training kommst. Mit allen Methoden, die es im Training gibt, kommst du nicht weiter. Spätestens dann ist der Moment, wo du in die intuitive Tierkommunikation hineingehst. Intuitive Tierkommunikation bedeutet ganz einfach, dass du dich empathisch und telepathisch in das Tier hinein versetzt, damit du die Situation aus Sicht des Tieres verstehen kannst. Und wenn du das bis verstehst, kannst du wieder handeln und dein Training anpassen. Weil jetzt verstehst du mal, was in diesem Tier vorgeht, warum er das überhaupt macht. Und bei mir, bei meinem Welpen, haben wir das dann gemacht mit einer ganz lieben Kollegin, die mir da auch geholfen hat, klarer zu sehen, was das Problem ist. Und ein großes Problem war einfach, dass, also mein Hund hat in sein Körbchen gemacht, weil er damit Emotionen und Energien ausleiten wollte, die ich während meinen Sitzungen mit Klienten übernommen habe oder im Sinne des Hundes nicht schnell genug wieder abgegeben habe. Und dann hat der Hund das einfach für mich gemacht. Diese Energie, diese Emotionen kanalisiert, kannst du dir vorstellen. Und eben, indem er auf die Toilette geht, wieder losgelassen. Das geht schon in Richtung Psychosomatik, kommen einige Aspekte natürlich zusammen hier. Aber das haben wir dank der Tierkommunikation erkannt. Es ist nicht ein Problem von Training oder dass ich ihn nicht schnell genug rausbringe, dass ich die Decke nicht gut genug gewaschen habe, was auch immer. Es ist nicht sowas, sondern da steckt eine andere Ursache dahinter. Und die konnten wir nur mit der intuitiven Tierkommunikation rausfinden. Und das war eben eine Thematik, die Emotionen und Energien, die während einer Sitzung hochkommen, wenn ich mit Leuten arbeite. Und die andere Thematik ist, dass ich halt natürlich sehr mütterlich in der Vorsorge bin für meinen Hund, mich sehr viel um ihn kümmere, um den Welpe. Und das war ihm schon etwas zu viel. Es war ihm etwas zu emotional. Und nicht emotional, dass ich da vor ihm weine oder schreie oder was auch immer, aber einfach so viel Liebe und so viel und so viel Liebe und Vorsorge und mich kümmern und geschickt habe. Und das war für ihn zu viel. Und auch das hat er dann ausgeleitet. Losgelassen davon. Und das von der Psychosomatik her ist eben, dass sie dann zum Beispiel einfach öfters auf die Toilette müssen und eben mit dem Urin das Ganze aus dem Körper rausbringen. Dank der Tierkommunikation haben wir das erkannt. und dank der Tierkommunikation und dass ich es erkannt habe, konnte ich es dann ändern. Und seitdem hat er nicht mehr in der Wohnung gemacht, sondern nur noch draußen. Und natürlich habe ich trotzdem auch nochmal geschaut, dass ich oft genug mit ihm rausgehe, dass seine Decke, wo er mal hingemacht hat, die habe ich mal komplett weggenommen. Es könnte immer ein Rest von Geruch drauf sein, der macht, dass er dann motiviert ist, da hinzugehen. Aber du siehst, das ist jetzt immer so eine wunderschöne Kombination von Training und intuitive Tierkommunikation. Und das ist eben der Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte. Natürlich beginnst du mit allem, mit deinem Tier, mit dem ganz normalen Training, mit Methoden aus dem Training, die du gelernt hast mit denen und die dich wohlfühlst. Die wendest du an mit deinem Tier. Aber sobald du erkennst, es geht nicht weiter, es stockt aus irgendeinem Grund, er nimmt das nicht an, dann gehst du in die intuitive Tierkommunikation hinein und schaust, was ist da los? Warum nimmt mein Tier diese Methode nicht wahr? Warum kommen wir mit dieser Methode nicht weiter? Wie geht es dem Tier? Wie fühlt er sich gerade? Warum macht er das? Und so weiter. Und wenn du das hast, dann kannst du dein Training wieder anpassen. Und das ist genau, was ich auch viel in meinen Trainings mache, die wirklich helfen, dass du diese ganze Situation aus Sicht deines Tieres verstehst. Dass du verstehst, warum verhält er sich so? Warum haben wir genau dieses Problem? Warum werde ich auch genau mit diesem Problem konfrontiert? Und wenn du das bis weißt, dann können wir auch das Training an sich, also das reine Tiertraining wieder anpassen. Und es hilft auch, eben ich habe auch Hilfe von einem Außenstehenden genommen, der mir dann die Tierkommunikation gemacht hat. Ich habe es auch selbst gemacht, dann vertieft und so. Aber es hilft, dass jemand von außen es macht, weil oft ist das ein blinder Fleck von uns. Das Tier macht dich auf einen blinden Fleck oder auf eine Schattenseite aufmerksam, die du per Definition nicht siehst. Sonst wäre es ja nicht ein blinder Fleck. Aber jemand von außen tut sich da viel leichter, das zu sehen. Und sobald er dir es sagt, wird bei dir auch, ah ja stimmt, fühlt sich eher sehr stimmig an, warum bin ich da nicht selbst draufgekommen. Aber es braucht halt oft diese Unterstützung von außen und die darfst du dir dann natürlich auch nehmen und gönnen. Soviel zum Tipp von heute. Also schau, dass du immer so eine schöne Kombination findest. Reines Tiertraining, ja, das braucht ein Tier, vor allem ein junges Tier, das etwas lernen soll. Aber vergiss nicht, diese intuitive Tierkommunikation auch mit reinzunehmen, spätestens wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Irgendetwas passt nicht. Dann intuitive Tierkommunikation, um aus Sicht des Tieres herauszufinden, ja, was genau passt nicht. Alles, alles Liebe und bis ihr bald für ein nächster Tipp. Ciao, ciao.